herzlich willkommen bei 11 stream sport zu einer neuen ausgabe von what if also was wäre wenn oder was ist wenn beim football manager 2023 und heute muss ich ganz ehrlich sagen ist das meine lieblings ausgabe die ich mir ausgedacht habe denn wir tauschen heute den kader der ersten mannschaft vom fc bayern mit dem kader der ersten mannschaft von borussia dortmund das heißt spieler aus der 19 oder spieler aus der zweiten mannschaft oder sonstiges haben wir nicht getauscht auch ansonsten die vereinseinrichtungen und so weiter alles ist gleich geblieben aber was wir gemacht haben ist ihr seht es hier wir haben alle dort und spieler zu den bayern und alle beiden spieler nach dortmund transferiert besonders lustig ist das bei dem ein oder anderen spieler wie zum beispiel bei niklas süle da ist ganz kurz für ein paar tage nach dortmund und ist jetzt wieder in münchen zurück und bei hummels zum beispiel ist es auch relativ lustig da man ziemliches hin und her bei bayern angefangen dann zu dortmund dann wieder zu bayern damit er zu dort und jetzt ist er tatsächlich wieder zurück beim fc bayern alle transfers sind ablösefrei über die bühne gegangen wie ihr hier seht also wir haben wirklich einfach nur die spieler der ersten mannschaft ausgetauscht ich habe kürzlich in meine youtube statistiken geschaut und festgestellt dass 77 prozent meiner zuschauer noch keine abonnenten sind wenn du zu diesen 77 prozent gehörst und gerne meine videos schaust bitte ich dich jetzt ein abo dazulassen danke und jetzt sehen wir hier schon top 11 größtenteils von den dortmundern nur von den bayern ist bellingham dabei und von leipzig ist das leimer wenn ich mich nicht täusche jawohl man muss sich jetzt daran gewöhnen dass es dortmund tatsächlich mit allen bayern spielern und andersrum das ist für einige fans jetzt von euch wahrscheinlich extrem verwirrend aber es ist nur in der theorie so leute denn ich möchte sehen kann borussia dortmund alleine dadurch dass wir einfach die erste mannschaft austauschen jetzt zum neuen topverein in deutschland werden oder bleiben die bayern vorne weil einfach der gesamte background beim fc bayern besser ist wir werden sehen wir werden jetzt erst mal fünf jahre in die zukunft switchen und melden uns dann wieder die ersten fünf jahre sind vorbei und wir sehen dass im ersten jahr tatsächlich borussia dortmund deutscher meister geworden ist und der fc bayern ist auf platz fünf gelandet also ich würde sagen wenn man es tauschen würde dann würde es realistisch aussehen und da wir ja die mannschaften getauscht haben ist es tatsächlich realistisch das interessante an diesem projekt ist ja dass wir nur die spieler getauscht haben und nicht zum beispiel die einrichtungen oder vor allem die finanzen das heißt borussia dortmund spielt mit dem kader der fc bayern und hat aber die finanzen von borussia dortmund das heißt die können die gehälter überhaupt nicht zahlen dafür haben sie aber spieler die extrem viel geld wert sind also einen hohen marktwert haben und dementsprechend dadurch wahrscheinlich finanzielle gewinne erwirtschaften können es ist also durchaus spannend jetzt zu sehen wie sich das ganze weiterentwickelt im zweiten jahr ist dortmund wieder meister geworden überraschenderweise vor dem fc augsburg um gottes willen wie konnte denn augsburg zweiter werden das kann ja wohl nicht wahr sein mit einer tor differenz von plus neun der fc bayern wird nur achter im dritten jahr wird dort und abgelöst von leipzig und bayern wird fünfter im vierten jahr wird dortmund wieder erster die bayern kommen immer weiter nach oben werden zweiter und jetzt haben sie schließlich geschafft bayern löst dortmund ab vier punkte vorsprung das war glaube ich die letzte saison so ist es also bayern hat jetzt zum ersten mal die dortmunder überholt aber jetzt kommen natürlich zum interessanten part und schauen uns die transfers von bayern und dortmund an wir fangen an im jahr in dem wir gestartet sind lasst euch übrigens nicht beeinflussen von den summen die hier stehen wenn hier stummen somit stehen sollten denn die sind alle ablösefrei über die bühne gegangen ansonsten habe ich das nachher manuell natürlich ausgeglichen also was haben wir jetzt beim fc bayern der fc bayern mit dem kader von borussia dortmund hat sich unter anderem noch einen spieler von damenstadt geholt für drei millionen auch nicht schlecht ist jetzt richtig viel geld wert und spielt bei wolfsburg danach hat man sich auch noch lean hat geholt sergio baku und silva also richtig schön kohle noch rausgehauen um den kader von dortmund in anführungszeichen so zu sagen noch mal verbessert dann hat man spieler auch abgegeben allerdings eher zur laie also patrick pfeiffer direkt wieder verliehen nach bordeaux malen hat man nach porto verliehen zwonarek rothe kehl zivkitsch die gut hat man alle verliehen ansonsten keinen abgegeben das heißt also die eingänge des geldes lassen sich in grenzen halten aber ist auch nicht so schlimm denn der fc bayern hat ja die kohle im jahr danach hat man 78 millionen ausgegeben für unter anderem sergio gomez man hat aber auch ein bisschen was eingenommen nämlich durch den verkauf von dahut nach wolfsburg interessant knauf ist weg malen ist weg haller ist weg für 9 millionen also hat man schon ordentlich aussortiert im jahr danach hat man anton stach für 22 millionen geholt brutal und verdammt scott von brand war hat man 61 bzw 74 millionen gezahlt noch mal vielen also 207 millionen insgesamt ausgegeben eingenommen hat man auch ein bisschen was sali öchkan ist zu barcelona gegangen unfassbar hasard zu terino so ob man jetzt stück für stück aussortiert lien hat ist mit gewinn weiterverkauft worden dann im jahr darauf hat man wieder geld ausgegeben das ist halt das krasse die zahlen natürlich wenig gehalt für den kader von dortmund und können deswegen so viel geld raushauen unfassbar wie sich das jetzt hier zu entwickeln scheint ja zum vergleich schauen uns natürlich auch gleich mal die dortmund an was die gemacht haben also die bayern hauen die kohle auf den kopf das ist unvorstellbar so gehen wir zu dortmund da bin ich jetzt noch gespannter was die gemacht haben denn eigentlich müsste dortmund ja geld einnehmen und nicht ausgeben also genau das gegenteil von dem was wir bei bayern gesehen haben müsste man jetzt eigentlich bei dortmund sehen können denn die haben schließlich nicht so viel geld genau im jahr danach nicht einen einzigen zugang dafür hat man spieler abgegeben unter anderem für 41 millionen match heißt tell dann hat man einige spieler ablöse frei scheinbar gehen lassen weil man natürlich gehälter sparen muss 53 millionen ausgegeben hat da hat sich dann wieder gedreht also da ist man jetzt ungefähr im gleichstand aber ist unter anderem gegangen nübel hat man abgegeben ja und jetzt im jahr darauf wieder ungefähr gleichstand bei einnahmen und ausgaben und jetzt ist man schon wieder dabei mehr geld auszugeben als einzunehmen so wie es scheint ja jetzt würde mich der kader mal interessieren von borussia dortmund ob denn da überhaupt noch viel vom fc bayern zu erkennen ist martin selig spielt noch in dortmund upamecano alphonso davis kimmich grafenberg knabry alles noch die bayern spieler common und natürlich mann die sind alle noch da man darf nicht vergessen die haben einen unglaublich hohen marktwert zum beispiel grafenberg wird auf bis zu 400 millionen euro geschätzt also dortmund hat zwar hohe gehaltskosten aber dafür haben sie auch hohe marktwerte und jetzt bin ich echt gespannt wenn wir uns die bundesliga anschauen wie es aussieht mit der saison vorschau dortmund ist also deutlicher deutlicher favorit also den kader einfach zu wechseln scheint aktuell sich noch auszuzahlen auch wenn wir die top 11 anschauen ist größtenteils dortmund zu sehen ich bin sehr sehr gespannt wie sich das jetzt weiterentwickelt und ich würde sagen wir gehen weitere fünf jahre in die zukunft und sehen uns wieder im juli 2032 weitere fünf jahre sind vergangen und wir dürfen gespannt sein wie die ausgegangen sind zumindest in der ersten saison also 27 28 konnte sich dortmund weiterhin vorne behaupten und zwar relativ deutlich mit einem vorsprung von 14 punkten auf die bayern und 13 punkte auf leipzig werden die dortmund also tatsächlich wieder deutscher meister im jahr darauf können sie den titel nicht verteidigen aber nicht die bayern sind es die in den titel streitig gemacht haben sondern leipzig punkt gleich am ende dort und bayern wird sich das jetzt drehen sind wir mal gespannt nein im jahr darauf nicht 29 30 wird dort und wieder absolut souverän deutscher meister mit einem vorsprung von 26 punkten und das ist jetzt schon fast noch stärker als die bayern jemals gewesen sind also unglaublich dieser abstand im jahr darauf werden sie wieder meister wieder mit deutlichem vorsprung also ich glaube wir können das ganze eigentlich jetzt schon fast ja das projekt schon fast als abgeschlossen betrachten dortmund wird tatsächlich fast jedes jahr deutscher meister nur wenn wir die erste mannschaft miteinander tauschen und das obwohl tatsächlich immer noch edin tercic trainer ist das muss man sich auch mal vorstellen und obwohl auch die finanzen nicht getauscht wurden also dortmund hat ja unglaubliche gehaltskosten zu zahlen gehabt und trotzdem scheinen sie das hinzukriegen auch hier wurde ausgebaut also das geld wird clever investiert schauen uns mal die mannschaft an die ist natürlich mittlerweile nicht mehr nur mit bayern spielern bestimmt aber einige sehen wir immer noch wir sehen kimmich und der licht in der startaufstellung natürlich gravenberg natürlich immer noch da musiala also die jungen leute sind immer noch am start über meccano ist noch da stark mit schauen die transfers an die sich ergeben haben also wir gehen jetzt mal rückwärts wir fangen bei 32 33 jahren also das ist die saison die jetzt dann kommt keine zugänge wenig abgänge im jahr davor hat man 140 millionen euro ausgegeben 187 millionen eingenommen also da kann man jetzt natürlich auch wieder geld machen und somit die finanziellen unterschiede zu bayern einfach wettmachen ja schaut euch das an da wurde geld eingenommen wirklich wahnsinn und das sind spieler die man selbst letztendlich gekauft hat also wo die ki mit dem wenigen geld das sie zur verfügung hatten hier zum beispiel sieben millionen einfach unglaublich viel gemacht hat 91 millionen gewinn wenn man jetzt mal nur die ablöse betrachtet unglaublich comment an hertha verkauft ablöse frei auch interessant mittlerweile ist er jugendabteilungsleiter aber vereinslos also das sind jetzt natürlich schon zehn jahre vergangen vergleich zum saison start dass da natürlich sich einiges geändert hat ja wahnsinn dort und sehen wir auch bei den finanzen glaube ich dass die reich sind also die haben das jetzt echt hingekriegt und sind mit fünf sternen bei einem hervorragenden ansehen ich würde sagen zehn jahre springen wir jetzt noch mal in die zukunft zum jahr 2042 aber eigentlich ist dieses projekt ja eigentlich schon vorbei denn dortmund hat bewiesen dass es tatsächlich reicht den kader zu tauschen hätte ich persönlich nicht mitgerechnet ich sage es euch ganz ehrlich ich hätte persönlich damit gerechnet bayern auch nur sicher und nicht reich dass die bayern den finanziellen vorsprung behalten können und gleichzeitig dadurch auch den sportlichen abstand in zwei drei saisons dann wettmachen können aber so ist es nicht so ist es nicht die sind am anfang direkt mit dem dortmund der kader abgestürzt haben sich jetzt wieder nach oben gearbeitet aber werden nicht mehr meister zum letzten mal meister geworden 26 27 und das ist auch tatsächlich das einzige mal dass der fc bayern meister geworden ist und jetzt im medientipp sind sie sogar nur noch auf platz drei zehn weitere jahre sind vergangen und wir sehen dass borussia dortmund so ein kleines bisschen die vormachtstellung verloren hat 31 32 das war das letzte jahr das wir gesehen haben danach sind sie zweimal zweiter geworden dann endlich wieder meister wieder zweiter wieder meister und dann tatsächlich nur vierter das war allerdings die schlechteste platzierung ansonsten immer unter den ersten zwei gelandet eigentlich muss man ganz ehrlich sagen seit beginn dieser aufzeichnung das muss man ihnen auch mal lassen aber in den letzten zehn jahren nur noch vier meistertitel an dortmund und im medientipp sehen wir jetzt auch dass sie nur noch auf rang 2 geführt werden jetzt bin ich aber gespannt wer sich in den anderen jahren die meistertitel geholt hat denn noch wissen wir nicht ob die bayern sich jetzt die vormachtstellung wieder zurückgeholt haben oder ob das ganze einfach nur jetzt breiter aufgeteilt wurde auch auf andere vereine 22 23 das war der beginn dann sind wir gewesen bei 31 32 und sehen hier den letzten titel von dortmund danach hat sich leipzig den titel geholt und dann die bayern mit sechs punkten vorsprung auf dort und dann war wieder dort und vorne dann tatsächlich wieder leipzig dann sehen wir wieder dort und von die bayern müssen wirklich kämpfen dass sie überhaupt in die champions league kommen und 37 38 im schwächsten jahr von dortmund wird bayern auch nicht meister sondern nur tabellen zweiter also das ist dann doch überraschend durch den tausch der spieler hat sich dortmund als nummer eins würde ich schon sagen etabliert aber der größte konkurrenz ist jetzt leipzig und bayern die ja die spieler von dortmund bekommen haben die haben richtig richtig große mühe zuletzt meister geworden im jahr 33 34 und ansonsten nur noch 26 27 das muss man sich mal vorstellen unglaublich die bayern in der krise die letzten zwei jahre nur fünfter geworden und jetzt schauen wir uns mal in saisonvorschau an da glaube ich ja fast wird jetzt leipzig leipzig ist auf der zwei ok dort man auf der 1 leipzig auf der zwei die bayern auf der vier also wenn dieser test eines gezeigt hat dann dass natürlich die mannschaft unglaublich viel wert hat aber natürlich darf man auch das finanzielle nicht vergessen mich wundert ehrlich gesagt ich hätte was anderes erwartet ich hätte gedacht dass die bayern sich die position relativ schnell wieder zurückholen trotz des kadertauschs aber dem ist nicht so sehr sehr interessanter test schreibt mir gerne in die kommentare ob ihr das erwartet hättet oder ob ihr da meiner meinung seid und gedacht hättet dass das geld und die einrichtungen und der ganze background der bayern am ende doch mehr wert ist schaltet wieder ein wenn es levin stream sport ist schaltet wieder einst du musst dann